Moin, hier ist der Bastian. Ich drehe jetzt hier ein Kramvideo. Einmal den hier. Davon sind zwei Fläche, aber ich hatte nicht mal so ein Gegengewicht gehabt. Ich hatte nur so einen. Und hier den habe ich bei Thomas Phillips geholt, äh gekauft. Der ist ungefähr 55 cm hoch. Und hier, ich habe zwei elektrische Kerne. Einmal den hier. Der ist total elektrisch per Fernbedienung. So, heute Nacht. Hier guck, sieht man hier per Fernbedienung. Das liegt nicht auf der Fernbedienung. Das ist nur ein Hebel, der Tran hier ist. Ja, jetzt kommt das wieder zurück. Ja, das geht. Ich gehe nach dem. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, so geht's. Vielen Dank. 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 Bye. Bye.